In einem vorangegangenen Video haben wir gelernt, wie ein Transistor als elektronischer Schalter verwendet werden kann. In diesem Video werden wir sehen, wie ein Transistor einen weiteren Transistor schaltet. Im einfachsten Fall ist die Basis des zweiten Transistors über einen Serienwiderstand mit dem Kollektor des ersten Transistors verbunden. Die Basis des rechten Transistors ist über einen Pull-up Widerstand mit dem Pluspol verbunden, so dass dieser eingeschaltet, also der Widerstand der Emitter-Kollektorstrecke minimal ist. Die Spannung am Kollektor des rechten und somit an der Basis des linken Transistors ist nahezu null, womit dieser zweite Transistor ausgeschaltet wird. Die LED oberhalb des jeweils eingeschalteten Transistors leuchtet. Über einen Taster kann die Emitter-Basis-Strecke des rechten Transistors kurzgeschlossen werden. Damit wird dieser ausgeschaltet, womit an dessen Kollektor fast die gesamte Versorgungsspannung abfällt. Über den Koppelwiderstand wird diese Spannung an die Basis des linken Transistors weitergeleitet und dieser somit eingeschaltet. Wird der Taster losgelassen, so stellt sich wieder die Ausgangssituation ein, da der rechte Transistor jetzt wieder über den Pull-up Widerstand eingeschaltet wird. Bei kurzen Schaltpulsen leuchtet die linke LED nur kurz auf, die Ausschaltzeit der rechten LED kann kaum wahrgenommen werden. Variieren wir diese Schaltung, indem nicht nur die Basis von Transistor Nummer 2 über einen Serienwiderstand mit dem Kollektor von Nummer 1 verbunden ist, sondern rückwirkend auch die Basis von Transistor Nummer 1 über einen zweiten Serienwiderstand mit dem Kollektor von Nummer 2. Zwei Schalter ermöglichen es, die Emitter-Basisstrecken kurz zu schließen. Die LEDs mit Vorwiderständen visualisieren den Schaltzustand der beiden Transistoren. Die jeweilige LED leuchtet, wenn der Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke des betreffenden Transistors maximal, dieser also ausgeschaltet ist. Im Ausgangszustand ist der rechte Transistor ausgeschaltet und es liegt fast die Versorgungsspannung an der entsprechenden Ausgangsklemme an, womit die rechte LED leuchtet. Die Basis des linken Transistors ist über den Serienwiderstand R1 mit dem Kollektor des rechten Transistors verbunden, womit hier eine Spannung von etwa 0.6V gemessen werden kann. Der linke Transistor ist somit eingeschaltet, an dessen Emitter-Kollektor-Strecke liegt eine Spannung von nahezu 0V an und die linke LED leuchtet nicht. Die Basis des rechten Transistors wird über den Widerstand R2 auf nahezu Massepotential gezogen, dieser wird durch den linken Transistor ausgeschaltet. Die Situation ist stabil, der ausgeschaltete rechte Transistor schaltet den linken Transistor ein und der eingeschaltete linke Transistor schaltet den rechten Transistor wiederum aus. Was passiert, wenn der linke Taster gedrückt wird? Nun, dieser Taster stellt eine elektrisch hervorragend leitende Verbindung zwischen der Basis des linken Transistors und dem Minuspol der Spannungsquelle her, womit die Basisspannung von zuvor 0.6 auf jetzt 0V fällt. Damit wird dieser Transistor ausgeschaltet und die Spannung an dessen Kollektor steigt auf nahezu die Versorgungsspannung des Schaltkreises. Über den Widerstand R2 fällt jetzt an der Basis des rechten Transistors eine Spannung von 0.6V ab. Jetzt wird der rechte Transistor über den linken Transistor eingeschaltet und damit rückwirkend die Basis des linken Transistors auf nahezu Massepotential gezogen. Der Zustand ist stabil, auch wenn der Taster wieder losgelassen wird, denn jetzt bewirkt der eingeschaltete rechte Transistor, dass der linke Transistor ausgeschaltet bleibt. Wird der linke Taste erneut betätigt, ändert sich der Schaltzustand nicht, da die Basis des linken Transistors bereits über die Emitter-Kollektor-Strecke des rechten Transistors auf Massepotential gezogen wird. Betätigen wir jetzt den rechten Taster, so wird die Emitter-Basis-Strecke des rechten Transistors auf Masse gezogen und dieser ausgeschaltet. Über R1 wird jetzt der linke Transistor von dem rechten Transistor eingeschaltet und rückwirkend der rechte von dem linken Transistor ausgeschaltet. Auch dieser Zustand bleibt nach dem Loslassen des Tasters erhalten. Erneutes Drücken des rechten Tasters ändert nichts an dem Schaltzustand. Durch Drücken des linken Tasters wird die linke LED ein- und die rechte LED ausgeschaltet. Dieser wird oft mit R wie Rücksetzen bezeichnet. Durch Drücken des Tasters S wird der Ausgang Q gesetzt, während dieser durch Drücken des Tasters R wieder zurückgesetzt wird. Q-Quer bezeichnet man als den invertierenden Ausgang des Schaltkreises. Wenn Q angeschaltet ist, die Ausgangsspannung entspricht der Versorgungsspannung, ist Q-Quer zurückgesetzt, die Ausgangsspannung ist Null und umgekehrt. Einen derartigen Schaltkreis bezeichnet man als Flip-Flop, bistabiles Kippglied, Ledge oder bistabilen Multivibrator. Mit einem bistabilen Kippglied kann auch ein sehr kurzer Schaltimpuls zuverlässig detektiert werden. Gleichzeitiges Drücken beider Schalter führt zu einem undefinierten Zustand des Schaltkreises. Jetzt werden die Basisanschlüsse beider Transistoren auf Massepotential gezogen, womit beide Transistoren ausgeschaltet werden und somit beide LEDs leuchten. Die über die Koppelwiderstände an die Basisanschlüsse zurückgegebener Spannung wird durch den Kurzschlussstrom über die Schalter weiterhin auf Masse gezogen. Abhängig davon, welcher Schalter als erstes losgelassen wird, ist anschließend entweder der linke oder rechte Transistor eingeschaltet. Der nächste Schaltkreis besitzt nur einen stabilen Zustand. Es handelt sich um eine monostabile Kippstufe. Der rückkoppelnde Widerstand an der Basis des rechten Transistors ist jetzt durch einen Kondensator ersetzt worden, wobei ein weiterer Widerstand von der Basis zum Pluspol der Versorgungsspannung abzweigt. Es wird nur ein Schalter benötigt, um den Ausgang Q zu setzen. Das Rücksetzen erfolgt nach einer festen Zeitspanne. Zu Beginn ist der rechte Transistor, T2, eingeschaltet, womit die Basisspannung des linken Transistors, T1, über den Koppelwiderstand R3 auf Masse gezogen und somit dieser Transistor ausgeschaltet wird. Der Basisstrom von T2 läuft vom Pluspol über R2, womit der Schaltzustand aufrechterhalten wird. Welche Spannung liegt an dem Kondensator in diesem stabilen Schaltzustand an? Die linke Seite des Kondensators ist an den Kollektor von T1 angeschlossen, der ausgeschaltet ist, womit hier nahezu die Versorgungsspannung anliegt, 10,1V werden gemessen. Die rechte Seite des Kondensators ist an die Basis von T2 angeschlossen, der eingeschaltet ist, womit hier ein Potential von etwa 0,6V anliegt, wie im Video zu den Eigenschaften von Bipolartransistoren erläutert. Die sich ergebende Spannung am Kondensator beträgt 9,5V, wobei der Pluspol auf der linken Seite des Kondensators liegt. Durch Drücken des Tasters S wird die Emitterbasistrecke von T2 kurzgeschlossen und T2 wird ausgeschaltet. Über den Koppelwiderstand R3 wird T1 eingeschaltet. Die beiden Platten des Kondensators werden durch die zwei schnell ablaufenden Schaltvorgänge auf ein anderes Potential gelegt. Nehmen wir den Kondensator aus dem Schaltkreis heraus und messen die sich ändernde Spannung an den beiden Anschlussklemmen beim Drücken des Tasters. Bei geöffnetem Schalter messen wir nach wie vor 9,5V, während die Spannung nach Betätigung des Tasters deutlich sinkt. Die linke Seite wird von Transistor 1, der leitend ist, auf nahezu Massepotential gezogen, wir messen eine Restspannung von nur 0,1V. Die rechte Seite des Kondensators wird von dem Taster auf Massepotential gezogen, der ebenfalls leitend ist. Hier messen wir 0V. Der sich ergebende Spannungsabfall zwischen den beiden Anschlüssen des Kondensators ist somit nur noch 0,1V. Im Innern des Kondensators liegt nach wie vor eine Spannung von 9,5V an, wodurch sich ein Ungleichgewicht ergibt, sobald der Kondensator wieder in die Schaltung eingebaut wird. Elektronen fließen aufgrund dieses Ungleichgewichts auf der linken Seite in den Kondensator, während diese das Bauteil auf der rechten Seite verlassen. Beide Platten des Kondensators sind über Bauteile mit einem niedrigen Widerstandswert mit dem Minuspol verbunden. Somit fließt nach Einsetzen des Kondensators für kurze Zeit ein Entladestrom, bis die Spannung im Innern des Kondensators von ihrem ursprünglichen Wert 9,5V auf 0,1V gefallen ist. Zu sehen ist, dass die linke LED für kurze Zeit erneut aufleuchtet, während der Entladestrom fließt. Selbstverständlich läuft der gleiche Vorgang ab, wenn der Kondensator vor der Betätigung des Schalters nicht herausgenommen wird. Auch hier fließt ein Strom, bis die Spannung an den beiden Kondensatorplatten den zuvor gemessenen Werten entspricht. Für kurze Zeit leuchten sogar beide LEDs gemeinsam. Wird der Taster losgelassen, entsteht in dem Schaltkreis erneut ein Ungleichgewicht zwischen dem Spannungsabfall im Innern des Kondensators und dem durch die Versorgungsspannung hervorgerufenen Potential. Die linke Platte des Kondensators wird durch den nach wie vor eingeschalteten Transistor 1 auf nahezu Massepotential gezogen, während die rechte Platte nun über den Widerstand R2 mit dem Pluspol verbunden ist. Der Schaltkreis kann durch dieses Ersatzschaltbild vereinfacht werden. Zu beachten ist, dass sich der Minuspol des Kondensators an der Basis von Transistor 2 befindet, der Ladevorgang beginnt also mit einer Spannung von minus 0.1V an der Basis von T2. Es fließen Elektronen über einen kleinen Widerstand in die linke, im Ersatzschaltbild in die untere Platte des Kondensators. Die rechte Platte im Ersatzschaltbild die obere Platte ist mit R2 verbunden und hier fließen Elektronen aus dem Kondensator über einen hohen Widerstand zum Pluspol. Die Polarität des Ladestromes ist im Vergleich zur ursprünglichen Ladung des Kondensators vertauscht. Während des Ladevorgangs steigt die Spannung am Kondensator und somit auch die Basisspannung von Transistor 2 von ursprünglich minus 0.1V langsam an, nun gemessen von der linken zur rechten Platte. Übersteigt das Potential am Kondensator von der linken zur rechten Platte eine Spannung von plus 0.6V, sinkt der Widerstand der Emitter-Kollektorstrecke von Transistor 2 deutlich, der Transistor wird wieder eingeschaltet. Über den Koppelwiderstand R3 wird Transistor 1 ausgeschaltet, womit sich das durch die Spannungsquelle hervorgerufene Potential am Kondensator erneut ändert. Das Potential an der linken Platte des Kondensators steigt von nahezu 0V auf nahezu die Versorgungsspannung, während das Potential an der rechten Platte nach wie vor etwa 0.6V beträgt. Der sich durch die Spannungsquelle ergebende Spannungsabfall am Kondensator von der rechten zur linken Platte ist jetzt plus 9.5V, während das Potentialgefälle innerhalb dieses Bauteils nach wie vor rund minus 0.5V beträgt. Auch dieser Schaltvorgang läuft sehr schnell ab. Beachtet, dass sich die Polung an dem Kondensator erneut geändert hat, der Pluspol ist jetzt wieder auf der linken Seite des Bauteils wie zu Beginn der Prozedur, während sich hier innerhalb des Kondensators ein Elektronenüberschuss befindet. Das Ungleichgewicht an der linken Platte wird über den Widerstand R1 und an der rechten Platte über die Basis von Transistor 2 ausgeglichen. Es besteht eine positive Rückkopplung. Mit steigendem Basisstrom sinkt der Widerstand von Transistor 2, womit über den Koppelwiderstand R3 der Widerstand von Transistor 1 steigt, was wiederum die linke Platte des Kondensators auf ein höheres Potential hebt und so einen höheren Basisstrom durch Transistor 2 bewirkt, der von dem Ladungsungleichgewicht im Innern des Kondensators angetrieben wird. Der Kondensator wird jetzt mit der ursprünglichen Polung über R1 und die Basis von Transistor 2 geladen. Damit ändert sich die Polung innerhalb des Kondensators im Verlauf des Vorgangs und schließlich wird der Ausgangszustand erreicht. Die Vorgänge nach Loslassen des Tasters laufen ohne den Kondensator, der zu dem Zeitpunkt auf etwa minus 0.1V geladen ist, nahezu verzögerungsfrei ab. Der Ladevorgang des Kondensators über R2 bestimmt die Einschaltzeit von Transistor 1. Wird der Kondensator nach Loslassen des Tasters wieder in den Schaltkreis eingefügt, geht die linke LED nochmals kurz aus. Betrachten wir die Vorgänge am Kondensator beim Betätigen des Schalters etwas genauer. Wie erklärt, fließt für kurze Zeit ein Entladestrom, sobald der Taster gedrückt wird. Was passiert, wenn der Taster losgelassen wird, bevor der Entladevorgang abgeschlossen ist? Nun, der Spannungsabfall im Innern des Kondensators von der rechten zur linken Platte beträgt dann nicht nur plus 0.1V, sondern ist höher, abhängig von der Zeitspanne, die der Taster gedrückt wurde. Der Ladevorgang beginnt jetzt mit einer Spannung von etwa minus 4V an der Basis von Transistor 2, gemessen wird dabei von der linken zur rechten Platte des Kondensators. Entsprechend länger dauert es, bis der Kondensator über R2 auf eine Spannung von etwa plus 0.6V geladen ist. Mit einem weiteren Kondensator und einem Widerstand kann der Schaltkreis derart geändert werden, dass beim Betätigen des Schalters nur kurze Pulse erzeugt werden. Durch Drücken des Tasters wird Kondensator 2 parallel zur Basis von Transistor 2 geschaltet, wodurch die Spannung hier auf 0V fällt, da der Kondensator zuvor entladen war. Solange der Taster gedrückt bleibt, wird Kondensator 2 über R2 und C1 geladen. Je kleiner die Kapazität von Kondensator 2, diese muss deutlich kleiner als die von Kondensator 1 sein, umso höher die Spannung an Kondensator 2 nach einer sehr kurzen Zeitspanne, was eine kurze Ausschaltdauer von Transistor 2 mit sich bringt. Wird der Taster losgelassen, so wird Kondensator 2 über R6, dessen Widerstand deutlich höher als der von R2 sein sollte, wieder entladen. Damit ist der ursprüngliche Zustand an Kondensator 2 wiederhergestellt. Jetzt ist die Einschaltzeit des Ausgangs Q unabhängig von der Schaltdauer des Tasters. Wird der Koppelwiderstand an der Basis von Transistor 1 durch ein weiteres Widerstandkondensatornetzwerk ersetzt, erhält man eine A-stabile Kippstufe. Im Gegensatz zur monostabilen Kippstufe werden hier zwei Kondensatoren durch das gegenläufige Schaltverhalten der beiden Transistoren auf unterschiedliche Potentiale gehoben und es gibt keinen stabilen Schaltzustand. Der Spannungsverlauf an den beiden Bauteilen ist symmetrisch, betrachten wir daher den Verlauf an Kondensator 2, während Transistor 1 eingeschaltet und Transistor 2 ausgeschaltet ist. Das Potential an der Basis von Transistor 2 ist deutlich kleiner als 0.6V, womit dessen Basisstrom sehr klein ausfällt und der Emitterkollektorwiderstand sehr hoch ist. Die linke Platte von Kondensator 2 ist mit der Basis von Transistor 1 verbunden, der eingeschaltet ist, womit das Potential hier etwa 0.6V beträgt. Die rechte Platte des Kondensators ist mit dem Kollektor von Transistor 2 verbunden, der ausgeschaltet ist, damit entspricht das Potential hier in etwa der Versorgungsspannung. Die Gesamtspannung an Kondensator 2 von der linken zur rechten Platte ist etwa 7.0V. Das Potential an der rechten Platte von Kondensator 1 steigt und somit auch der Basisstrom durch Transistor 2, da diese Seite über R2 mit dem Pluspol der Spannungsquelle verbunden ist. Bei einer Spannung von etwa 0.6V kippt die Situation im Schaltkreis. Transistor 2 wird jetzt ein und Transistor 1 ausgeschaltet. Analog zur monostabilen Kippstufe ändert sich das Potentialgefälle an beiden Kondensatoren schlagartig. Das Potential an der rechten Platte von Kondensator 2 fällt von nahezu der Versorgungsspannung auf nur etwa 0.4V, während der Spannungsabfall im Innern des Kondensators nach wie vor etwa 7.0V beträgt. Diese Seite des Bauteils ist über den niedrigen Widerstand der Emitter-Kollektorstrecke von Transistor 2 mit dem Minuspol der Spannungsquelle verbunden. Damit ergibt sich an der linken Seite des Kondensators und somit an der Basis von Transistor 1 ein Potential von etwa minus 6.6V. Wie bei der monostabilen Kippstufe gezeigt wird Kondensator 2 jetzt über R3 mit vertauschter Polarität geladen. Erreicht die Basisspannung von Transistor 1 ein Potential von etwa 0.6V, so kippt die Schaltung erneut. Jetzt wird Transistor 1 ein und Transistor 2 ausgeschaltet, wobei sich das Potential an den Anschlüssen des Kondensators erneut schlagartig ändert. Die linke Platte ist über die leitende Emitter-Basisstrecke von Transistor 1 mit dem Minuspol verbunden und die rechte Platte über den Widerstand R4 mit dem Pluspol. Die Emitter-Kollektorstrecke von Transistor 2 ist hochohmig, weshalb der Kondensator jetzt über R4 mit der ursprünglichen Polarität geladen wird. Der Ladevorgang beginnt bei einer Spannung von etwa minus 0.2V, jetzt wieder gemessen von der linken zur rechten Platte. Das Potential innerhalb des Kondensators und somit auch am Kollektor von Transistor 2 steigt auf nahezu die Versorgungsspannung. Damit ist die Ausgangssituation erreicht und der Vorgang beginnt erneut. Zum Zeitpunkt der fallenden Flanke wird der entsprechende Transistor eingeschaltet, der Widerstand der Emitter-Kollektorstrecke an dem entsprechenden Ausgang ist somit minimal. Die durch den Ladungsausgleich hervorgerufene Verzerrung am unteren Ende der Flanke fällt damit gering aus. Die Änderungsrate der steigenden Flanken an den Ausgängen ist umso kleiner, je höher die Kapazität der verwendeten Kondensatoren und je höher die Widerstände von R1 bzw. R4. Der entsprechende Transistor wird zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet, der Widerstand der Emitter-Kollektorstrecke ist groß. Daher findet der Ladungsausgleich über R1 bzw. R4 statt und die Spannung steigt langsamer, je höher der Widerstandswert. Kippstufen können auch mit Operationsverstärkern gebaut werden. Hier ist eine A-stabile Kippstufe mit einem Operationsverstärker und nur einem Kondensator aufgebaut. Wer sich an die Arbeitsweise eines Schmidt-Triggers aus dem Video zu Operationsverstärkern erinnert, kann die Funktionsweise einfach erfassen. Der Eingang des Schmidt-Triggers, der gleichbedeutend mit dem invertierenden Eingang des Operationsverstärkers ist, wird über ein lineares RC-Glied mit dem Ausgang des Schaltkreises verbunden. Ist die Spannung am Kondensator und somit am Eingang des Schmidt-Triggers kleiner als dessen untere Schaltschwelle, ist die Ausgangsspannung gleich der positiven Versorgungsspannung. Über den Widerstand R3 wird der Kondensator nun geladen, bis die Spannung am Eingang auf einen Wert knapp oberhalb der oberen Schaltschwelle des Schmidt-Triggers gestiegen ist. Jetzt kippt die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers hin zur negativen Versorgungsspannung. Über R3 wird der Kondensator nun entladen, bis die Spannung an diesem Bauteil auf einen Wert knapp unterhalb der unteren Schaltschwelle gesunken ist. Jetzt kippt die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers hin zur positiven Versorgungsspannung und der Vorgang beginnt von vorne. Neben der geringeren Anzahl an benötigten Bauteilen besteht der Vorteil dieses Multivibrators in einer höheren Güte des Ausgangssignals. Selbst bei niedriger Frequenz ist die Änderungsrate des Signals am Ausgang sehr hoch und die Verzerrung des Ausgangssignals ist klein. Das Ganze gibt's wie immer zum Nachlesen auf der Projektseite. Hier findet ihr weitere Beispielschaltungen zu Kippstufen und Grundlagen zur Berechnung eigener Schaltkreise. Danke fürs Angugge und bis bald!